Und halb neunzen zu diesem Video mit meinen Tipps und auch Statistiken zu teilen natürlich zum 28. Spieltag. Jeder Spieltag wird spätestens jetzt absolut mitentscheidend. Viele sind es ja echt nicht mehr, wenn man mal guckt, überlegt gehabt, was kommt denn jetzt, was kommt denn jetzt. Okay, Pokal ist ja auch schon bald nicht so, die Saison ist echt nicht mehr lang. 28. Spieltag halt, ne. Und wie letzten Freitag gesagt, im gesammelten Video waren es, glaube ich, echt dann drei Formate in einem, ne, zeitlich geschuldet. Kleine Veränderungen wird es geben, im Sinne von, ich möchte so ein bisschen weg von meiner eigenen Schablone. Ich hatte das gleiche ja auch schon mit meinen Vorberichten, wo ich ja wirklich jedes Mal gesagt habe, ey, das sind Tabelle, das sind die nächsten Spiele oder so, das ist die Prognose und so. Ein bisschen freier, auch einfach auf die Sachen gucken, auf die ich Bock habe zu schauen. Natürlich, logisch natürlich weiterhin der Blick auf den Abstiegskampf, weil wir gucken auf unsere Konkurrenz und der Rest des Spieltags wird natürlich auch mitgetippt, aber nicht so ausführlich wie andere. Aber natürlich auch die Vergleiche, die Daten und so, die Fakten bleiben natürlich ähnlich. Bei Tabellen schaust du dir an, hier meine Expected Points, schaue ich mir immer wieder an, Bilanzen und sowas. Also vom Grund auf natürlich gleich bleiben, aber so ein bisschen weg von dieser Schablone, wie wir es auch bei Vorberichten hatten, hat ja, wie es mir jetzt auch viel besser gefällt. Seitdem ich da ein bisschen freier geworden bin, sage ich mal. Aber, wie gesagt, der Fokus bleibt auf den Verein im Abstiegskampf. Wir gucken natürlich zuerst auf Fakten, Statistiken, die ist das zu diesen Spielen von diesen Vereinen unten im Tabellenkeller. Danach tippen wir den gesamten Spieltag und ja, legen los. Am Freitagabend kommt der Kracher des Spieltags direkt schon für uns da unten natürlich. Schalke 04 gegen Hertha BSC. Ein absolutes Endspiel für Schalke 04, kann man nicht anders sagen. 18. Platz mit 21 Punkten, Hertha auch nur einen Punkt mehr. Ja, ne. Und klar ist es auch ein extrem wichtiges Spiel für die Hertha, ist ja auch ganz klar. Aber aufgrund des Restprogramms, gerade auch von Schalke, hat er noch ein paar mehr Spiele, ein vergleichbares Programm wie wir zum Beispiel. Auch ein paar direkte Duelle, auch ein paar direkte Duelle zu Hause noch. Schalke kommt wirklich nur noch hart auf hart, tabellarisch gesehen. Natürlich ist auch in den Spielen was drin. So, aber es ist noch mehr Endspiel für Schalke, als es für Hertha ist. Schalke ist der Letzte in der Heimtabelle und die Hertha, ja, ist der Letzte Verein in der Außertabelle. Also auf dem Blatt gibt das kein gutes Obenher für ein gutes Fußballspiel. Sollte aber auch irgendwo klar sein, wenn man auf die Vereine guckt aktuell, Abstiegskampf pur. Die Hertha auf Platz 17 der Rückrundentabelle, nur wir der VfB noch schwächer. Schalke immerhin da auf Platz 9, also, ne, waren ja auch gut dabei jetzt erstmal. Hertha ist der einzige Klub da unten, der auch noch ohne Trainerwechsel fährt bis zur die Saison. Mal gucken, wie lange das noch so geht. Und Schalke nun, wie gesagt, lief eigentlich echt ordentlich, ne, viel ungeschlagene Spiele am Stück. Dortmund 2-2, ein paar Siege auch, Gold gegen uns ja zum Beispiel, auch ein wichtiges Sieg geholt. Jetzt aber wirklich dann auch zwei Niederlagen am Stück. Den Leverkusen war es irgendwo zu erwarten. Den Hoffenheim natürlich auch ein bisschen bitterer in, ja, in Betrachtung des Abstiegskampfs einfach unten. Ein absolut wegweisendes Spiel. Statistisch läuft es bei Schalke-Hertha, also der Blick auf Heimspiel für Schalke gegen Hertha, klar besser für S04, klar besser für die Schalker. Trotzdem schwer zu tippen. Ich sage trotzdem, in einer ausverkauften Felddienst-Arena schwank ich schon eher zu einem Schalke-Sieg, auch statistisch gesehen besser für uns unten in der Konkurrenz bei natürlichen Unschieden. Dann käme keiner so richtig voran da unter uns quasi. Das rettende Ufer liegt ja aktuell immer noch bei 26 Punkten und eben Bochum auf Platz 15. Samstag in der Konferenz haben wir einmal Bayern München gegen Hoffenheim. Leider muss man ja sagen, das wäre der einzige Klub da unten, wo ich auf jeden Fall auch sagen würde, ey, steigt bitte ab so. Bin ja auch nicht der Einzige, glaube ich. Aber da läuft es leider wieder. Dicke Niederlagen-Serie gab es auch unter Matarazzo dann. Die fortgeführt jetzt aber wirklich drei Siege in Folge. 28 Punkte. Die werden so langsam, wenn sie es nicht eh schon sind, so langsam ihren Weg da unten raus machen. Bei den Bayern muss man ja sagen, ey, heilige Scheiße, da ist komplett FC Hollywood zurück bei den Bayern. Also komplett. Trotzdem sind sie Favoriten. Vielleicht auch mal wieder hat man es so im Kopf, auch wenn es, glaube ich, zuletzt gar nicht so oft der Fall war. Aber man hat es so im Kopf, wenn die Bayern verlieren und wenn man Scheiße bekommt, so ein angefressenes Spiel. Der nächste Gegner kriegt richtig einen drauf. Vielleicht passiert sowas mal wieder nach eben der City-Pleite und allem drum und dran. Auch statistisch, der Torfheim, glaube ich, nur einmal gewonnen in München bisher in ihrer Vereinshistorie, die auch noch nicht so lang ist, aber auch nur einmal gewonnen dort. Deswegen klare Prognose, Bayern-Sieg. Dann kommen wir auch am Samstag um 15.30 Uhr gegen den zweiten Platz in der Bundesliga. Bayern der Erster, Dortmund Zweiter. Ebenfalls ein Spiel, wo auch dadurch alleine schon gegeben die Verhältnisse recht klar sind so. BVB hat noch Titelhoffnungen, berechtigterweise. Solange es noch möglich ist mathematisch, kann man sich die Hoffnungen behalten. 33 Punkte Unterschied, wenn ich richtig gerechnet habe, zwischen dem VfB und Dortmund in der Tabelle. Muss mal gucken, 33 Punkte. Wenn du diesen Punkteunterschied als Verein nimmst, da würde der mit 33 Punkten vermutlich gute Chancen haben, drin zu bleiben in dieser Saison. Also das ist quasi ein kompletter Klassenhaltsverein-Unterschied. Das ist schon ziemlich krank. Seit 2010, 2011 gab es auch nur einen Heimsieg und ich glaube auch nur einen Unstieg oder sowas gegen Dortmund zu Hause. 2017 war es der Heimsieg, sonst alles Dortmund-Siege so. Dazu mit Dortmund auch ein Verein, der es eben auch drauf hat zu überperformen. Wo es auch mal im Tacken schlechter spielen oder vielleicht den Sieg nicht ganz verdient hätten, aber ihn halt trotzdem holen. Die haben insgesamt neun Punkte mehr gesammelt über die gesamte Saison gesehen, als es zu erwarten war nach Expected Points. Wir haben, andere Seite, dann wirklich, wir haben 13 Punkte weniger geholt über die gesamte Saison gesehen, als es zu erwarten war. So, deswegen riecht schon so ein bisschen nach so einem klassischen, ich sag mal, wie man so sagt, als Top-Team am Arbeitssieg oder wenn man drauf guckt, als neutraler, so als Top-Team-Sieg halt. Die Klasse setzt sich durch, so klassisches 1-2, 1-3, sowas Enges, aber eben am Ende die Qualität der Kader macht es dann halt. Deswegen Prognose ist hier durchaus der BVB-Sieg, kann man nicht anders sagen. Mein Tipp kennt ihr schon aus dem Vorbericht gestern und auch hier nochmal auch klar, das sind die erstmal Fakten, Statistiken, Zahlen und sowas. Die Tipps sind nochmal ein bisschen persönlicher und auch ein bisschen natürlich aus der Fanbrille raus, die dann hier am Ende vom Video nochmal dann kommen. Nachdem für mich da unten Köln und Augsburg weitgehend raus sind aus dem Abstiegskampf, gibt es nur noch ein Team, auf das wir zu gucken haben, nämlich den aktuellen 15. Bochum am Sonntag Aussatz bei Union Berlin. Union die drittbeste Heimannschaft der Bundesliga, Bochum auf Platz 17 der Aussatz-Tabelle. Auch tabellarisch klarer Favorit Union, zwölf Plätze Unterschied. Und Union aber gerade auch so ein bisschen inkonstanter, sag ich mal. Bochum hat man natürlich auch so bittere Niederlage gehabt jetzt gegen uns. Auch diese Geschichten mit Fans oder dem Fan gegen Riemann und sowas. Mal gucken, wie ist jetzt die Stimmung dort beeinflusst. Gleichzeitig muss man sagen, bei Bochum, ey, die waren auch vor ein paar Wochen mal echt, ja, was Punkte, ob heute ausgeht, echt kacke. Da standen es ja echt scheiße. Da auf einmal haben sie dann zwei Siege geholt, Leipzig geschlagen und in Köln gewonnen war es, glaube ich. Also du weißt nie so ganz, was du von Bochum bekommst. Die könnten auch einfach aus dem Nichts mal bei Union gewinnen. Aber auch hier Heimbilanz generell spielt ganz klar für Union Berlin. Zehn Siege, keine Unentschieden und nur zwei Bochum-Siege, wenn es an die alte Försterei ging. Also wie bei Hoffenheim auch, Statistik, Bilanz, wie auch immer, passt zu unserer Hoffnung für uns im Abstiegskampf da unten, nämlich der Union-Sieg. Dann tippen wir mal den gesamten 28. Spieltag durch. Schalke 04 gegen Hertha BSC wird ein 2 zu 1. Schalke wird es mit dem Restprogramm trotzdem schwer haben, ist auch ganz klar. Und bei der Hertha können es danach auch mal richtig krachen. Bayern müssen Hoffenheim schlagen. 4 zu 0, weiter machen wir. Leipzig nach schlechterer Phase wieder besser drauf. 2 zu 1 gegen Augsburg. Unser Gegner nächste Woche mit 29 Punkten ist noch näher am Abstiegskampf dran, die Augsburger natürlich. Köln hat zwei Punkte mehr. Heimspiel gegen Mainz. Mainz ist eigentlich echt, echt, echt stark drauf. Aktuell ist dieses wilde 2 zu 2 gehabt gegen Bremen. Mal kein Sieg, muss man ja fast sagen. Glaube ich auch diesmal irgendwie nicht. Ich traue irgendwie Köln was zu zu Hause. Auch letztes Mal ist es direkt Duell gegen Gladbach zu Hause gehabt, wo auch ein bisschen mehr Stimmung oder ein bisschen mehr im Spiel ist. So auch von Anhängern her und von der Ansetzung her. Ich tippe hier auf ein 1 zu 1. VfB gegen BVB. Klar, wir können ein bisschen mehr hoffen. BVB auch aussetzt manchmal ein anderes Gesicht als zu Hause. Trotzdem, wie vorhin schon gesagt, neutral gesehen ist das einfach ein 1 zu 2, ein 1 zu 3 für Dortmund. Ich habe aber Bock und ich habe Hoffnung. Also tippe ich hier auf ein 2 zu 2 mit Fanbrille. Ja, Frankfurt-Gladbach dann ist so ein bisschen ein kriselndes Topspiel der Woche, muss man ja sagen. Frankfurt hat den Support zu Hause, definitiv. In der Liga aber auch schon wieder länger sieglos. Im Pokal wenigstens gewonnen, dann auch im Heimspiel gegen Union weitergekommen. Irgendwie habe ich Frankfurt im Feeling 2 zu 1. Drei Spiele am Sonntag wieder. Juhu. Bremen gegen Freiburg, fangen wir an. Ist irgendwie schwierig zu tippen. Auf dem Blatt ist Freiburg besser. Irgendwie fällt es aber generell schwer, Mannschaften einen Aussatzsieg in Bremen mitzugeben. Ich weiß gar nicht warum. Einfach irgendwie vom Gefühl her. Bremen auch am Schwächeln so. Aber ich sehe da irgendwie echt keinen Freiburg-Sieg. Ich weiß gar nicht warum. Hoffenheim vor kurzem haben wir dort gewonnen. Also ist mehr als machbar. Trotzdem 1-1 irgendwie. Sagt mein Bauchgefühl. Union gegen Bochum wird auch kein Augenschmaus normalerweise. Auch fußballerisch überhaupt nicht. Wir brauchen einen Union-Sieg. Ist ganz klar. Damit Bochum auch noch dran bleibt. Dieser Platz 15 auch in der Nähe bleibt. Also 2-0 Union. Spieltag wird abgeschlossen durch Wolfsburg gegen Leverkusen. Wolfsburg unterschätzt sich irgendwie ja echt generell chronisch. Die spielen echt eine bessere Saison als ich sie im Kopf habe. Wirklich sind auch oben noch mit Chancen dabei. Leverkusen aber wirklich richtig stark drauf. Während dem Skripten hier, während dem Einsprechen gerade hier von der Folge sind sie in der Europa League aktiv. Gar nicht geschaut, wie viel es da gerade steht. Ist auch egal für die Bundesliga erstmal. Das Ding gewinnt Leverkusen. Und für ein bisschen Spannung auf so einen Sonntagabend, glaube ich 19-30 Spiel dann. Komm, machen wir ein bisschen hohe Tore noch. 2-3 Sieg für Leverkusen. Mit meinen Tipps blieben wir weiter auf Platz 16. Schalke aber dann punktgleich. Hertha 2 Punkte weg auf 18. Bochum bliebe in Reichweite mit 26 Punkten. Auf einem auch so ein bisschen wenigstens noch mit 28 Punkten. Und wenn man sonst so drauf guckt, drückt Frankfurt aus den Europa-League-Plätzen raus. Was ich auch so ein bisschen andeuten würde aus den letzten Wochen. Mal sehen, ob es so kommt. Seien ja nur meine Tipps. Das ist ja auch eine ganz klare Geschichte. Und für uns muss man auch sagen, Dortmund, wie auch schon vorbricht gesagt, wären Big Points morgen. Wären absolute Big Points. Aber noch wichtiger werden die nächsten Wochen. Augsburg auswärts. Auch Gladbach zu Hause, so wie es bei denen aktuell läuft. Das sind die viel, viel wichtigeren Spiele. Aber abzusch... Ne, irgendwie, ja, einfach hinzunehmen. Brauchst auch keine Niederlage gegen Dortmund morgen. Das ist ja auch eine ganz klare Geschichte. Lasst mir gerne eure Meinung, eure Tipps vor allem auch in den Kommentaren da. Ganz klare Geschichte. Auch natürlich das kostenlose Like und ein kostenloses Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Bei mir fürs Zuschauen. Hier natürlich mehr fürs Zuhören, auch klar. Und bis zum nächsten Mal.